Musik So, wollen wir mal, Freunde, wir parken uns ran, wir legen los, ready? Musik Oh, kick it off, kick it off, kick it off, come on, come on, come on, come on Let me hold you in my arms forever, forever. Na, es macht Spaß hier, macht Laune. I love you. I could never place no one above you. Das ist Baujahr 1926, ist ne alte Dame, sozusagen. Ist sie schon so lange im Familienbesitz? Im Familienbesitz ist sie seit ungefähr 50, 60 Jahren. D.h., Sie haben als ganz kleines Mädchen da auch schon angekommen? Ja. Als Baby an der Kasse gelegen und dann die Zeit dann reif war, auch an der Kasse gesessen und eben halt Karten verkauft. Wie alt waren Sie da? 13. Mit 13 hab ich das 1. Mal so richtig ganz zack mit einer Kasse gesessen. If I had a girl that loved me. Half as much as she loved you. Well I would stay in her arms every doggone day. And never would it be untrue. You came to win. You came. Don't do it, my friend. You came to win. You came to win. You came to win. Wenn ich mit meinem Mann weghau und wir kommen abends auf den Laden zugefahren, dann denk ich immer so, boah, die ist ja schön. Da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich das Geschäft so vom Weitem sehe. Man wird geboren und ist Schausteller. Aus dem Herzen raus. Ich weiß nicht, Schausteller kann man nicht lernen. Ist man oder ist man nicht. Ich finde das Weiß von innen zu hart. Ich nicht. Das ist ja gar nicht richtig Weiß. Das ist ja auch ein abgetöntes Weiß. Das ist kein Hartweiß. Du wolltest doch Muster haben, oder nicht? Ist doch Muster. Gibt es auch noch andere Muster oder nur? Was denn da drauf? Zeig mal. Was? Wo? Auf der Weißen. Ja. Oder das für eine Küche hier. Braun und Grau finde ich jetzt auch nicht schön. Das sieht aus wie von Gilb, ne? Ja. Hier, ein Ton heller. Finde ich besser. Ja, das ist immer noch nicht, ich finde dieses Moray schöner hier. Ja. Richtig weiter bin ich jetzt immer noch nicht. Zeigen Sie uns mal Ihren neuen, schönen Wohnwagen. Unsere Küche. Ich habe endlich mal eine große Küche. Und ich habe meinen Apothekerschrank, der mir sehr, sehr wichtig war. Weil da passt reichlich rein. Ich habe mein Weinregal. Ja, hier ist unser Badezimmer. Mein Mann wollte lieber duschen, ich bade lieber. Dann habe ich gesagt, treffen wir uns in der Mitte. Wir nehmen eine Wanne, wo man beides kann. Und dann haben wir die halb gefunden und ich fand die, ja, optimal, ne? Und unser Schlafzimmer. Sie dürfen mal gucken. Mit Einbauschränken. Ja, wir haben super Einbauschränke. Da bin ich ganz happy mit. Ich finde sie einfach nur genial. Und da passt richtig was rein. Und die ganzen haben wir zweimal. Prima. Also Sie sind glücklich, merke ich. Ja. Ja, ich habe glaube ich, seitdem wir hier drin sind, ein Rundumstrahlen. Ich fühle mich richtig wohl. Ich habe auch wirklich, wenn so eine ganze Stunde an der Kasse und wenn dann Feierabend ist, dann brauche ich auch Ruhe. Da möchte ich wirklich nur Ruhe haben. Reinkommen, hinsetzen und erst mal runterfahren. fern. und fern. Au! Drei oder zwei? Drei, zwölf, bitte. Ich bin auch auf der Kirmes aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie mit zwei Autoscooter und habe das von klein auf auch schon alles mitgekriegt. Es gibt Fotos, da habe ich in den Autoscooter geschlafen. Zwölf Euro, bitte. In der Grundschulzeit war ich bei meiner Oma, war dann am Wochenende immer bei meinen Eltern und später war ich dann im Internat, aber auch jedes Wochenende und in den Ferien immer vor Ort am Geschäft bei meinen Eltern. Was ist das Faszinierende an diesem Leben? Die Abwechslung, der Umgang mit den Menschen. Es ist eine Sache des Herzens. Es lässt sich ganz schwer erklären. Es gibt keine richtige Erklärung dafür, warum man es sich antut, so viele Stunden. Und es ist einfach eine Sache des Herzens. Es ist eine Entscheidung des Herzens, einen Job zu machen. Und ich glaube, man kann es auch wirklich nur, wenn das Herz dabei ist. Sie haben ja sogar einen Kräutergarten. Ja, kleines bisschen Normalität bei uns im Stress. Und wir müssen nur noch die Blumenkiste suchen. Die ist irgendwo beim letzten Umzug. Verpackt worden und keiner weiß, wo. Es ist immer wieder spannend, am neuen Platz anzukommen, neue Vorgarten einzurichten. Aber nervt das nicht auch mit der ständigen Umzieherei? Immer wieder Sachen packen, immer wieder einpacken, auspacken? Getunnelt? Nein. Nein, man gewöhnt sich an alles. Ich habe einmal versucht, die Koffer zu zählen, die ich im Jahr packe, wenn ich immer von Veranstaltung zu Veranstaltung fahre, auch mit den Kindern. Aber ich habe dann bei 25 Koffern nach dem ersten Platz aufgehört. Andere muss jeden Tag ins Büro gehen. Ich packe einmal die Woche Koffer. Ich glaube, er muss mindestens ein Jahr hier arbeiten, eine Frau zum Zweifelskinder. Normal, ja. Normal, ja. Ich bin nach Besicht von der Umreichheit. Aber Ihre Familie besteht ja nicht nur aus Ihrer Frau und Ihren Kindern, ne? Die gehören alle zu. Müssen wir dafür sorgen, dass sie anständig zu essen bekommen, die Leute gut untergebracht sind, mit denen auch motiviert sind, fleißig für uns zu arbeiten. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jedes Wochenende arbeitet, wenn die anderen Leute frei haben, wenn andere Leute feiern geben. Es ist sehr schwierig, gutes Personal zu bekommen. Aber wenn man ein gutes Personal hat, dann muss man natürlich auch im Gegenzug für seine Leute was tun. Sonst bleiben die nicht, ne? Dann sind die ganz schnell weg. Dann habe ich ein Problem. Wie geht es denn? Ja. Melanie, der Salat ist sehr lecker. Bei mir ist das aus Hobby, aus Leidenschaft entstanden, dass ich hier tätig bin, weil mich es von Kindesbeinen an fasziniert hat. Ich hoffe, dass das lange anhält. Solange ist es auch gut motiviert, um für unseren Betrieb tätig zu sein und das Beste rauszuholen. Sie möchten nicht mehr zurück in die andere Welt? In das normale Leben? Hatte ich am Sonntag, ich habe mit meinen Nachbarn gegrillt. Ich hatte normales Leben am Sonntag. Nein, das ist auch sehr wichtig, dass man so gut es geht Freundeskreis und all diese Dinge aufrechterhält. Also man kann das nicht als Paralleluniversum betreiben. Das geht schlecht. Wenn Sie alles kappen würden, dann wären Sie nicht mehr geehrt. Dann wäre das ganz, ganz schlecht. Aber die Balance zu finden, ist natürlich oft nicht einfach. Ganz klar, so wie angedeutet, hier ist natürlich die Hauptgeschäftszeit, Wochenende, Feiertage, in den Ferien, wenn andere frei haben. Das ist ein bisschen antizyklisch. Da muss man immer gucken, dass man den Anschluss nicht ganz verliert. Ich bin unter anderem. Wie war das denn früher mit der Schule zum Beispiel? Sie sind ja dann wahrscheinlich auch mit ihren Eltern von Kirmes zu Kirmes gezogen. Ja, war nicht immer schön, aber auch nicht immer schlecht. Also wo wir halt eben gerade waren, da bin ich auch zur Schule gegangen. Zu guten Zeiten waren das dann auch mal so 15 bis 20 Schulen im Jahr. Also erst war immer komisch, also wenn man dann wirklich fremd so in so eine Klasse reinkommt, mit Leuten, die man nicht kennt, man weiß nicht, wie reagieren die auf einen. Kommst dann da rein und dann bist du so die Doofe. Dann musst du dann nach vorne, stell dich mal vor, ja hallo, ich heiße Mandy, ich bin von der Kirmes. Entweder hast du dann Glück, die fanden die Kirmes ganz toll, dann warst du dann der Held oder die fanden dich gar nicht so toll und dann hattest du eine ganz schön schwere Woche da. Wurde man dann geärgert und nach hinten gesetzt, weil man weiß ja sowieso nichts, also schon mal direkt ab nach hinten. Zwischendurch haben die dann gefragt, ob ich noch in der Hängematte schlafen würde. Da habe ich gedacht, Hängematte, ja wir haben auch fließendes Wasser. Ja, wo wir uns auch waschen. Ja, richtig. Aber war das so, hatten Sie manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil so irgendwie so, war das ein bisschen schwierig für die Kinder und so auch war? Nö. Nö, da müssen sie durch, also ich musste auch zur Schule. Ich glaube Schule ist für viele nicht so schön, aber muss sein und meine Tochter hat da eigentlich sehr gut hingekriegt, die war mit Klassenbeste und hat prima geklappt, mein Sohn ist nicht so gerne zur Schule gegangen. Gab nie eine Zeit, wo Sie sich mal nach was anderem gesehnt haben, mal nach was geregeltem, was normalem? Nö. Hört sich blöd an, aber ist so. Nicht? Nö. Ich wollte mal eine Zeit lang Prinzessin werden. Prinzessin? Prinzessin. Prinzessin? Ja, oder nicht. Prinzessin ist doch ein toller Job. Also ich wollte ganz früher als Kind, wollte ich immer einen Zirkus haben. Also wir sind im Winter drei Monate zu Hause, da kriege ich einen Rappel. Und froh, wenn wir wieder rausfahren. Also so drei Monate an einem Stück am selben Ort, ist furchtbar. Haben Sie ganze Arbeit geleistet. Schön gemacht, Hirnwäscher. Ja, das ist bei mir auch so. Gab es mal so Momente, wo es genervt hat, dieses ganze Schausteller-Dasein? Ach, ich meine, logisch. Du hast den ganzen Brasil am Kopf und dann hast du so einen Platz, wo du wirklich drauf setzt, wo du dann auf Mainz, da kommt jetzt was rein und dann vor sieben Tage und sechs Tage regnete dann, dann denkst du natürlich, meine Güte, den ganzen Brasil und am Ende wofür? Also... Hey, kommschau, wir waren's nochmal. Jetzt nochmal mit dem richtigen Schwung, Freunde. Ooh, oh, 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 Monta Binet. Die erste Liebe mit zwölf, die hat immer oben an der Raupe gestanden und auf die Jungs geguckt, der Geimatplatz. Hinter 60er Jahre, wir sind mit allen Frauen gefahren, wir haben alle geküsst, wenn das wegzugehen. Wir gehen jedes Jahr hier auf den Raupe. Wir müssen jetzt einmal drauf. Das ist richtig geil. Die Allgemeine käme es dazu. Haben Sie Ihre Frau eigentlich auch zum ersten Mal in der Raupe geküsst? Äh, nein. Um Gottes Willen, mein Schwiegerfasser war ja noch da. Der hätte mir einen Kopf abgehakt. Nein, nein. Also das war schon etwas anderes. Wir haben uns wohl an der Raupe kennengelernt, weil wir zusammengestanden haben. Und das war schon sehr, 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 sehr. Sie sind auch mit der Raupe aufgewachsen? Ja, ich bin auch mit der Raupe aufgewachsen. Da möchte ich auch keine Minute von missen. Aber Sie führen kein Schaustellerleben? Nee, jetzt seit fast 24 Jahren nicht mehr, der Liebe wegen. Aber wirklich, mit Abschließend tut man nicht. Also das Gefühl, wenn ich vom Weiten Kirmesplatz sehe, so ganz aufgeregt, das bleibt. Auch nach vielen, vielen Jahren noch. Und Sie schauen deswegen auch hier regelmäßig vorbei? Ja, brauche ich. Muss sein. Also wir haben mal sieben Jahre lang in Süddeutschland gelebt. Und das waren die schlimmsten sieben Jahre meines Lebens, weil ich da halt meine Familie nicht regelmäßig sägen konnte. Und deswegen muss ich da oben auch unbedingt weg. Kriegt man mit in die Wiege gelegt, dann liegt im Blut. Und da kann man nicht an- und ausstellen wie ein Lichtschalter. Ja, das bleibt einfach. Die Henno-Kitty wird's gleich schwindelig. Steffi! Ist der Kaffee fertig? Ja! Ja! Oh, dann gibst du mir immer mal einen Schlapp. Hier. Schlapp hat einen Motor. Waren wir gerade bei Tante Heike? Das ist für den Geburtstag vorträglich, weil sie sieht sie ja nicht an ihrem Geburtstag. Hat sie. Danke, dass du gesagt hast. Danke gesagt. Hallo, mein Kind. Tschüss. Ja! Das nehm ich. Sind die lecker? Lecker. Lecker? Gut. Danke schön. Herr Buchholz, ist das was Tolles, mal so die ganze Familie um sich zu haben? Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das ja, Gott sei Dank ist ja, ist es ja so, dass auch der Spielplatz unserer Kinder und der Arbeitsplatz ist, ja? Und das ist schon was Besonderes, wenn du dann einfach nur rufen brauchst und brauchst nicht erst abends nach Hause zu kommen. Sie arbeiten zusammen, Sie leben auf engstem Raum zusammen, wir gehen uns auf den Wecker zusammen. Mögen Sie sich eigentlich noch? Ja klar. Ich würde es auch wieder heiraten. Das ist ja nett. Echt? Ja. Echt? Ja. Aber Schausteller heiraten Schausteller, oder? In der Regel schon, ja. Weil? Weil die Partner Ahnung von der Materie haben und eben man nicht erklären muss, dass wir Samstag, Sonntag arbeiten, dass wir einen 24-Stunden-Tag haben und dass wir die ganze Woche von morgens bis abends dran sind. Haben Sie eigentlich mal so Zeit, ganz für sich, Sie beide? Ja, zu wenig. Wenig, ja. Und waren Sie das letzte Mal im Urlaub? Ach, einen Moment. Sechs, sieben? Also im Kino waren wir zuletzt, als verschollen lief. Man geht auch nicht in Rente als Schausteller, ne? Nein. Wir arbeiten bis zum Abnäppeln. Ne? Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ich war zuletzt 2000 im Kino, da kam Castaway raus. Toll. Haben Sie Angst, dass irgendwann mal jemand die Raupe nicht mehr haben will? Ja. Eigentlich schon, ja. Weil man steckt ja auch viel Arbeit rein und Herzblut rein. Und wenn dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass sie dann in die Ecke gestellt wird. Ich mache da nicht drüber nachdenken. Bei meiner Frau ist das ja noch viel schlimmer, weil die ist ja als Kind dann groß geworden. Ich bin ja erst dazu gekommen, mehr oder weniger. Aber wäre eigentlich auch schade fürs Publikum, weil das ist ein bisschen, das ist Kulturgut. Und muss man eigentlich halten. Ich mache da nicht drüber nachdenken. Pass auf, der Kopf, die Haute noch mehr kommen. Wenn ich, logisch, man wird ja auch älter und irgendwann so mit 70 oder so wird mein Mann das auch nicht mehr machen können. Weil das ist ja nun ein schweres, ist ja auch ein schweres Geschäft, sage ich mal. Also ist mit viel körperlicher Arbeit verbunden. Und irgendwann, weiß ich nicht, logisch, mein Sohn ist da, aber ob er weitermachen will. Oder wenn er mal nicht mehr kann, ich darf da, ich mache da nicht drüber nachdenken, was mit dem Laden mal passiert. Fredi, guck mal her. Guck mal eben her. Falsche Antwort. Guck mal, meine Mama, meine Mama. Guck mal, Schatzschuss. Ja, warte. Setz dich mal hier auf die Sonnenbank. Auf die Sonnenbank setzen. Fredi, Ihre Eltern machen sich Sorgen, dass mal vielleicht irgendjemand keine Lust mehr hat, die Raupe zu übernehmen. Übernehmen Sie sie? Ja. Versprochen? Versprochen, 100%. Brauchen ein Blatt Papier. Auf jeden Fall, sicher. Er hat ja auch schon als Kind an der Kasse gelegen, ne? Ja, richtig, genau. So, hopp, Brudergessen. Ich gebe keine Ahnung. Ja, dann doch. Wie war es in der Schule? Okay. Alles okay? Ja, alles gut. Frau Bruch, wenn so richtig Kirmes ist, haben Sie da viel Zeit eigentlich für die Kinder? Äh, nein. Hast du schon beantwortet, ne? Wenn das Geschäft auf ist, haben wir relativ wenig Zeit. Wir versuchen immer morgens gemeinsam zu frühstücken und halt Mittagessen gemeinsam zu nehmen. Aber dann wissen die Kinder eigentlich schon, wenn das Geschäft auf ist, haben wir alle viel zu tun. Dadurch haben sie aber auch sehr früh eine gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Mama erreicht und von Papa. So können sie sich auch mal sehr gut alleine beschäftigen. Sie sind ja noch, sie sind zu dritt, von daher ist immer ein Spielkamerad da. Klar habe ich ein schlechtes Gewissen schon ab und so. Man versucht schon so viel wie es geht, Normalität bei unserem verrückten Job zu haben. Aber jetzt, ich denke, es klappt uns. Wir sind auch so groß geworden. Es wird immer irgendwie gehen. Na? Nein? Gut. Nervt mir Kirmes auch manchmal? Ja, klar, normal. Äh, wie alles nerven kann. Es ist natürlich oft viel zu laut. Ganz klar. Wenn Sie den ganzen Tag hier sitzen und Sie haben immer diese permanente Geräuschkulisse, Sie haben den Krach. Und damit meine ich gar nicht so sehr die Jubelschreie der Besucher, sondern einfach ein Fahrgeschäft gegenüber, was sehr laut ist. Wenn Sie dann nur diese Bässe ständig hören, all diese Dinge, das kann Ihnen schon unheimlich gegen den Strich gehen. Das ist, tut manchmal auch körperlich weh. Das ist, wenn der Besucher herkommt, für den ist das schön, das ist bunt, das ist toll, im besten Falle. Geht er dann nach Hause und sagt, es war schön. Aber für alle Menschen, die hier leben und arbeiten, ist es schon oft sehr entbehrungsreich. Keine Frage. Aber es gibt auch viel zurück, sonst wären wir alle nicht hier. Eigene Familie ist bei mir im Lebensplan nicht drin. Sie haben die große Liebe noch nicht gefunden. Vielleicht auch das. Vielleicht ist auch die Kirmes meine große Liebe. Das kann auch sein. War das jetzt wirklich ein Heiratsantrag? Ja. Auf der Kirmes? Ja. Wie oft haben Sie Momente, wo Sie... sich einfach mal hinsetzen und gar nichts machen. Wenn der WDR da ist. Entschuldigung. War spontan. Selten. Selten. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo man einfach glaubt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich muss einfach nochmal eine Mütze Schlaf oder so kriegen. Sicherlich stibitzt man sich ab und zu mal ein bisschen Zeit raus, um mal einen Kaffee mit einer Freundin zu trinken. Aber es ist natürlich sehr schwer. Ja! 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 Könnten Sie sich ein Leben außerhalb der Schaustellerwelt noch vorstellen? Nein. Ich habe wohl auch mein Abitur gemacht, eine Ausbildung, aber für mich war eigentlich immer klar, ich möchte auf die Kirmes. Ich habe es immer schon geliebt, also von klein auf tatsächlich auch als Berufswunsch angegeben. Ich hatte eine Ausbildung in der Bank gemacht und da wurde ich dann mal gefragt bei den Übernahmegesprächen, was ich denn gerne machen würde, welchen Bereich. Da habe ich gesagt, sie sollten mir dann doch bitte ein Fahrgeschäft in die Kundenhalle stellen, dann könnten sie mich halten, ansonsten nicht. Ich genieße es jetzt so ab und zu mal zu Hause zu sein, aber ohne Kirmes nein. Alles klar, alle Maschinen-Zaub hier, alle Maschinen-Zaub hier, alles klar hier. Let's go! Wuhu! Pazatella, Schokolade, Erdmärchen, Rohle, Mango, Knöpfel, Kürzen. Mango, Mango. Es ist natürlich sehr spannend für die Kinder, wenn ein Klassenkamerad oder ein Freund von der Kirmes ist. Dann ist es sehr interessant, wenn die Kinder die Kulisse mitgucken können und das mal live erleben, wie das tatsächlich ist. Man kann dann alle Geschäfte gratis fahren, das macht total Spaß hier. Ja, das ist einfach genial. Toll, ne? Ja. Also da beleidet ihr den Robin schon ein bisschen, ne? Ja, aber auf Dauer ist das ja auch schon ein bisschen stressig, wenn man die Eltern dann nie hat. Ne? Weil ganz so... Man kann sich nicht nur stellen, ne? Nicht immer. Man ist manchmal bei anderen Familien. Also das macht auf Dauer auch keinen Spaß. Aber ab und zu ist es gut. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir starten neue Runde aufwärts. So, jetzt geht's los. Neue, starten neue Runde aufwärts. A, oh! Ups! Musik So Jungs, ab ins Bett mit euch. Ich bin nicht. So. Du achten. Geht in den Schlafen. Ich hab die Kondition. Gute Nacht. Bis morgen. Wenn dann rum ist, wenn die 10 Tage Düsseldorf rum sind, dann kommt mal so ein Tag, wo man denkt, nur noch schlafen, bitte. Aber dann ein Tag Erholung und dann geht's auch schon wieder fleißig weiter. So Freunde, wir waren's noch ein letztes Mal, bitteschön. Natürlich, komm schon, die letzte Weh. Die letzte Weh. Und tschüss. Und dann geht's mir so weit. Aber die letzte Weh. Und dann steht mir so weit. Und dann steht mir so weit. Und dann geht's mir so weit. Hier in der GMP-